Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Heute machen wir wieder ein Vierer-Paket von den Pinguinen auf und wir schauen gleich mal rein, was da drin ist. Die beiden Figuren packen wir wie immer mal erst an die Seite und wir schauen uns erst mal das normale Spielzeug an. So, da haben wir hier im ersten Ei, ja das klappert nicht, ah ja, da haben wir hier wieder so einen komischen Hund von Natoons oder Cartoons, wie auch immer. Ich baue den mal schnell zusammen. So sieht der Kleine aus, der hat also hier am Bauch und am Rücken so eine Kugel, wo man dran drehen kann, wo er denn seinen Kopf bewegt. So, machen wir Ei Nummer zwei auf und schauen hier mal rein. Und, ja, da haben wir nochmal von Cartoons, Natoons von der neuen Serie. Diese, ja, Hartplastiktiere mit, ja, weichen, ja, was ist das? Körperteilen. Hier, die Ohren, die sind so aus, ja, filzähnlichen Kram und das andere ist alles Hartplastik. So sieht der kleine Kerl aus. Wie gesagt, die Ohren sind hier aus so einem Filzkram und das andere alles aus Hartplastik. So und wir kommen jetzt zu den beiden Pinguinfiguren, wenn es Pinguinfiguren sind. Vielleicht sind es auch andere Figuren. Es sind ja noch, haben wir hier diese Eva, dann kurze Lunter, dann diesen General, wie auch immer und jawohl. Wir haben hier wieder Dave, eine neue Figur, die ich noch nicht habe. Könnt ihr euch mal kurz durchlesen. Das ist hier, der Kollege. So, ich baue den mal kurz zusammen. So, so sieht Dave aus. So, und machen wir Figur Nummer zwei auf. Ups. Es klappert ein wenig. Und wir haben hier, wen haben wir hier? Den Private. Den haben wir glaube ich auch schon. So, könnt ihr kurz anhalten, das Video und könnt euch das durchlesen. Auch ihn baue ich mal kurz zusammen. Zack. So sieht er aus. So, das waren die vier Eier. Wenn ihr jetzt noch am Video dran bleibt, zeige ich euch die beiden Figuren noch in Nahaufsicht auf dem Drehteller. Also bis gleich. Alright. So, jetzt att Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020